Alle Jahre wieder. Zum Jahreswechsel werden die Champagnerflaschen entkorkt. Allein in der Schweiz werden heute Nacht 3,5 Millionen Zapfen gedankenlos entfesselt. Für die Wissenschaft eine Katastrophe. Astronomen warnen vor den Folgen des Entkorkens unter freiem Himmel. Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse zeigten uns, dass durch die Entstehung der Ozonlöcher vereinzelte Projektile nicht mehr in unsere Erdatmosphäre verweilen, sondern durch eben diese atmosphärischen Öffnungen entfleuchen können. Die Spuren der Weltraumkorken führen in die frühen 70er Jahre zurück. Damals verursachte ein solcher Zapfen ein galaktisches Unglück. Justen, wir haben ein Problem. Odysseus, wir brauchen eine Statusmethode. Welche Systeme sind wir? Zurück zur Erde. In diesem Observatorium beobachtet Professor Salvaluna die Zapfenentwicklung im All. Dabei stieß er auf Schreckliches. Einige dieser Meteoriten-Zapfen schlagen auch auf der Mondoberfläche ein. Und zwar mit unvorstellbarer Energie. Und damit ist endlich, nach Jahren der Forschung, auch die Frage der Entstehung der Mondkrater geklärt. Wenn diese sinnlosen Zapfenknallerei nicht in Beldes Einhalt geboten wird, so die Wissenschaft werden wir in weniger als drei Millionen Jahren unser gewohntes Bild vom Mond vergessen können.